Und jetzt kommt der. Das verwenden wir, um ein Rodel zu bauen. Jetzt kommt Sarasa. Das ist der nächste Irre. Jetzt kommt der große Showdown. Cyprien Sarasa. Kann er da was entgegensetzen? Meine Güte! Kann er da was entgegensetzen? Man kann es sich fast nicht vorstellen. Boah, schau, fährt auch voll auf Zug rein. Super, das war gut, Bernd. Das war sehr gut. Jetzt kommt, bleibt er hoch. Enger. Sarasa ist voll dabei. Sehr coole Linie hier. Sehr coole Linie. Voll dabei, schau dir das an, was der da macht. Noch mal eine halbe Sekunde schneller. Schach oder Matt, das ist die große Frage jetzt. Ist der Typ wahnsinnig? Positiv wahnsinnig. Natürlich, nur positiv. Noch mal. 93 Hundertstel. Oder Matt ist unten, ich weiß gar nicht, was mit dem passiert jetzt. Wenn er das sieht da unten. Der ist noch mal fast eine Sekunde schneller. Cyprien Sarasa. Aber er muss heil ankommen. So wie er ausgefahren ist. Und er kommt der da rein. Und er springt fast in den Gatsdorf hinein. Gesprickt fast in die Seidelalm. Ja, um Himmels zu werden. Komm, Boah, zieh es durch. Noch enger. Noch enger, noch enger. 1,11. 1,11. Kann er fast nicht mehr verlieren. Aber der ist ja noch nicht im... Das kommt ja noch. Der Hausberg und die Traverse. Um Gottes willen, um Gottes willen. Man würde ihm gerne zurufen. Mach ruhig. Ja. Macht aber nicht. Voll auf Zug rein. Bisschen verloren. Ganz wenig. Holt weiter aus wie Odermatt. Holt weiter aus wie Odermatt. Eine Sekunde kann er doch nicht verlieren. Schau, schau, schau. Ja, bist deutlich höher rausgekommen. Ja, Sarasa wackelt so ein ganz kleines bisschen. Ja, gut. Das muss reichen. Das muss reichen. Zielsprung, Zielsprung für Sarasa. Sarasa gratuliere. Du bist ein Wahnsinniger. Sensationell. Noch eine Sekunde. Es gibt's nicht. Und Odermatt versteht die Welt nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Das wenigstens ist 1. Und 1. Was ist mit diesen Typen los? Schau dir das an. Der ist so geil. Ich liebe ihn. Schau dir das an. Wahnsinn. Ein neuer Superstar ist geworden.